Jetzt kann Jagielka mal marschieren, das war gut rausgelegt auf Andi van der Meyde. Flanke kommt, sehr gut, Gosling, oh wie lange braucht er den? Und er macht's trotzdem, er macht's trotzdem! Everton steht höchstwahrscheinlich im Achtelfinale. Danny Gosling, 18 Jahre jung, der Mut des Trainers hat sich ausgezahlt. Der bringt hier einen 17-jährigen Rodwell, der bringt einen 18-jährigen Gosling. Und er macht's für die Toffees. Danny Gosling. Der hat auch schon eins in der Liga gemacht. Es ist gerade mal sein vierte Spiel für den FC Everton. Andi van der Meyde mit der Flanke, Abelohr, falsche Zuordnung. In der Mitte waren da noch welche. Warum geht der Rechtsverteidiger nach innen und lässt seinen Mann aus den Augen? Und dann braucht's eigentlich zu lange. Aber nochmal einen Haken geschlagen, Ruhe bewahrt und abgefälscht. Abgefälscht, zweimal sogar abgefälscht von Abelohr und von Stritte. Und deswegen steigt der Ball völlig...